Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Ops 3 Botmatch. Wir spielen Capture the Flag auf Exodus und ich habe richtig gute Laune, weil ich jetzt zum dritten Mal versuche, diese Aufnahme zu machen. Beim ersten Mal ist das Spiel abgestürzt, was ich schon lange nicht mehr hatte. Bei Black Ops glaube ich noch nie. Beim zweiten Mal ist das scheiß Aufnahmeprogramm abgestürzt und wenn jetzt wieder irgendwas abstürzt, dann werde ich das gesamte Graffel einfach aus dem Fenster schmeißen und mich einfach hinterher stürzen. Also, stay tuned, drückt mir die Daumen, dass alles klappt. Und wenn ihr das hier zu Gesicht bekommt, dann lebe ich noch und mein Equipment auch. Der zweite Grund, warum ich so gute Laune habe, ist einfach diese exorbitante Hitze, die momentan besteht. Wir haben jetzt den 31.07., es ist gerade halb drei am Nachmittag. Und ich habe heute meinen freien Tag. Sollte mich also eigentlich freuen, dass ich zu Hause bleiben kann. Ich freue mich auch, dass ich zu Hause bleiben kann, denn dann kann ich für euch tolle Menschen tolle Videos produzieren. Aber was einfach gar nicht geht, ist diese Glutofentemperatur inklusive der bekackten Spüle, die hier herrscht. Es ist wirklich, es ist saukrass. Ich habe eben gerade, bevor ich die Aufnahmen gestartet habe, oder versucht habe, die Aufnahmen zu starten, habe ich mir noch so ein bisschen Wasser ins Gesicht gesprenkelt und dachte so, ah, kurze Abkühlung und dann fängst du an aufzunehmen. Und am Arsch die Räuber, ohne Scheiß, es ging überhaupt nicht klar. Ich bin jetzt schon wieder voll am Saften. Ich hoffe, man sieht es in der Aufnahme nicht so. Ich will nicht aussehen wie so eine Ölsardine. Ja, ja, gehen sie weg. Nein! Fuck! Aber so ehrlich will ich auch sein, die Aufnahme, die ich eben gemacht habe, also die erste kam nicht mal so weit, dass da wirklich ein Ergebnis schon hätte feststehen können. Die zweite Aufnahme, da lagen wir gerade ein bisschen hinten, ich glaube mit einem Punkt. Das heißt, die hätte ich wahrscheinlich auch verloren, dass es nicht immer heißt, ich suche mir nur die guten Aufnahmen raus. Ach, lassen wir ihn laufen. Lassen wir mich auch bitte laufen. Lassen wir mich laufen, okay? Ach, fuck you, ey. Jetzt habe ich ihn nicht nur nicht aufgehalten, sondern auch... Ach, ey. Beste Laune EU-West. Ohne Scheiß. Ist die Flagge schon wieder weg? Hä? 0-0, ich verstehe es nicht. Habe ich ihn doch zumindest lang genug aufgehalten, oder wie? Waa? Naja, um aber weiter zu jammern wegen der Scheiß Hitze und so weiter. Ich habe ja, da wo ich arbeite, ist ja alles top-notch klimatisiert und es ist wirklich wunder... Ist der unsterblich, oder was? Ist wirklich wunderschön und man wünscht sich fast auf die Arbeit. Einfach nur, weil es so fickend warm ist ohne Scheiß. Es macht einen komplett kirre. Ich habe jetzt auch für die Aufnahme meinen Ventilator ausschellen müssen. Einfach, weil es sonst... machen würde die ganze Zeit und das wollt ihr nicht. Also vielleicht doch, aber dann seid ihr seltsam... Was? Aber ich habe ihn nicht getroffen, oder was? Nein! Oh, jetzt hat der... Mobster die Scheiß-Flagge und ich werde abgeknallt, ey! Vielleicht soll ich nicht mehr mit Facecam aufnehmen, das ist, äh... peinlich. Vor allem, wenn ich dann hier so rumheule. Ja, ja, und jetzt war es 1-1, oder wie? Was ist wieder... Ach, die fucking Drohne, ey! Ich hätte übrigens auch dazu sagen sollen, ich habe die Bots auf Söldner gestellt, weil ich jetzt gerade keinen genervt für Veteranen hatte. Ähm... Aber auch nicht wollte, dass es so... supi-leicht ist. Ja, ja, geh weg. Aber vielleicht hätte ich sie doch auf Recruit stellen sollen, einfach um ein Erfolgs-Erlebnis zu haben und die Aufnahme schnell beenden zu können. Ja, ja, gehen sie weg. Ich trau mich, ich trau mich, ich trau mich. Ja, das klappt, das klappt, das klappt. Rutschen! Uh, der Lally! Das können echt lange Aufnahmen werden und ich glühe jetzt schon. Haben wir schon einen Time-Out gleich, oder was? Na, nicht unentschieden, das möchte ich nicht. Gut. Aber wir nähern uns zumindest am Ende dieser Aufnahme. Ey, es ist ohne Scheiß, mir ist so warm. Vielleicht mache ich doch den Ventilator wieder an. Pech gehabt. Aber wenn ihr trotzdem ein munteres Pfeif-Geräusch hört, das ist die PS4. Vielleicht schafft sie die Aufnahme wieder nicht. Oder ich höre gleich wieder dieses Aufnahme-Geräusch, dass das Kabel nicht mehr richtig drin ist vom, äh... vom Elgato und das dann die Aufnahme abschmiert. Eins von beiden. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Gebt mir mal Deckung, Jungs und Mädels. Das war zumindest schon mal ein guter Einstieg in die Runde. Jetzt können wir vielleicht davonziehen hier. Jawohl, Nummer zwei. Ich versuche es wieder hier lang. Da war ein Gegner, ich habe ihn gesehen. Da ist noch ein Gegner. Einfach mal ignorieren. Und schön hier durchrotzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Nein! Erst nachladen, dann um die Ecke laufen. Hinter mir! Ich habe ihn auf der Welt gesehen. Zieh! Yes! War es das jetzt? Kommt jetzt noch eine Runde oder... Wie sieht es aus? Pa-pao-pao! Ja, wunderschön. Haben wir jetzt gewonnen? Ich hoffe es. Und? Was jetzt? Au! Wir haben gewonnen! Und ich bin sogar Platz 1. Drei Eroberungen. Wer hat die andere? Busa hat die andere. Alrighty. Dann habe ich es geschafft. Ihr habt es auch geschafft. Ich hoffe, ich kann die Aufnahmen jetzt auch bearbeiten und es gab nicht wieder irgendeinen technischen Fehler. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Überlebt die Hitze. Alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020